Hallo Leserfreaks, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schwarz auf Weiß und diesmal will ich euch einen kurzen Buchmesse-Rückblick geben bzw. einen Buchmesse-Book-Hall veranstalten. Ich war auf der Buchmesse von Dienstag bis Sonntag unterwegs für die Arbeit und am Sonntag habe ich mir die Zeit genommen, ein bisschen privat da zu sein. Das hat den Vorteil, dass dann auch Bücher verkauft werden und die Gelegenheit habe ich auch genutzt bzw. Bücher sind auf die verschiedensten Arten, wie das eben so passiert, zu mir gekommen. Diesen Titel hier hat mein Trainer mir geschenkt, Turkish Coffee Culture. Es ist auf Englisch und wie der Name bereits vermuten lässt, geht es um türkische Kaffeekultur. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, nicht nur weil ich sehr gerne und sehr viel Kaffee trinke, sondern weil mich auch das Alltagskultur, Alltagsgeschichte interessiert. Ich habe ja nicht besonders Kultur-Anthropologie mal vor 400 Jahren studiert. Ich habe schon reingelesen, super interessant, kurzweilig schön bebildert, freue ich mich richtig aufs Lesen. Das ist eine Überraschung, da kommen wir gleich dazu. Dann habe ich eine Kommilitonin getroffen, die mir am Hansa-Stand diesen Titel in die Hand gedrückt hat. Also vielen Dank dafür, liebe Luisa. Es ist eine Anthologie von polnischen Gedichten, sehen wir uns noch, heißt die. Ich habe um ehrlich zu sein noch gar nicht reingelesen, aber Lyrik und Polen sind zwei Themen, die mich interessieren und Lyrik aus Polen ein Thema, das mich noch mehr interessiert. Mir gefällt diese Gestaltung ganz gut. Hier vorne bei den Übersetzern ist Karl Dietetius aufgelistet, der leider von nicht allzu langer Zeit verstorben ist und ein sehr großer, großer Mann war, der viel für die deutsch-polnische Völkerverständigung getan hat und nicht sehr fehlt. Auch ein großer Übersetzer war und Anthologien herausgegeben hat, die auch hier im Bücherregal zu sehen sind und die ich nicht missen möchte. Also kurzum, ich freue mich auf diesen Titel. Dann ein absolutes Highlight und da habe ich auch schon ganz viel drin gelesen, ist aus dem Unions Verlag sind diese Limericks. Cesar Kaiser, irgendwie dachte ich, das ist eine Frau, aber das ist natürlich ein Autor, hat hier eine Sammlung von Limericks geschrieben, nach meinem bisherigen Kenntnisstand sind Limericks eine Gattung, die im Deutschen nur ganz schwer funktionieren. Das Englische ist einfach für diese Gedichtform besser geeignet. Ganz kurz, wenn wir eine Auffrischung brauchen, Limerick ist ein fünfzeiliges, ein Limerick ist ein Gedicht mit fünf Versen. Der erste, der zweite und der fünfte Vers reimen sich und der dritte und der vierte Vers reimen sich und die sind beide einen Tag kürzer und fertig ist das Limerick. Meistens sind die sehr lustig und oft sind die auch so ein bisschen dreckig und nicht ganz jugendfrei. Die hier sind jugendfrei, kann man sagen, aber trotzdem lustig und ich habe total viel Lust bekommen, jetzt auch Limericks zu schreiben, wenn ihr das mal probieren wollt. Dann nur zu. Eines trage ich vielleicht immer vor. Das ist auch immer sehr, sehr witzig illustriert. Da spielt eine Dame aus Kreta im Freilichttheater die Leder. Der Schwan, der sie sieht, singt ein Lied und entflieht. Da steht ja die Leder nun Bläder. Ja, das ist ein Limerick und diese Sammlung kann ich auch empfehlen. Dann war ich am Avant Verlag. Diesen Titel hatte ich schon vorher gesehen und habe ihn mir auf der Buchmesse gekauft für 20 Euro, die einem erstmal so ein bisschen viel vorkommen. Hochhaus. Da geht es eben darum, dass wir die Geschichten aus all diesen Stockwerten hier auch erfahren. Ich dachte, dieser Band wäre viel höher und man könnte sich auch so produktionstechnisch irgendwie vorstellen, dass man das mit einem Faltblatt so Leporello mäßig vielleicht hätte besser machen können. Das hat der Verlag auch eingeräumt. Nichtsdestotrotz, ich halte es für einen sehr spannenden Titel und freue mich sehr aufs Lesen und werde auch berichten, ob der cool war oder nicht. Ihr seht, er ist noch eingeschweißt. Was ich auf der Buchmesse immer mache, ich gehe bei den Ständen vorbei. Zum Beispiel hier zum Ehrengastprogramm. Das gibt es auch als PDF. Übrigens sind die Neuerscheinungen. Frankreich und die Frankophonländer waren ja Ehrengast in diesem Jahr. Und da gibt es auch immer ein Übersetzungsprogramm. Das ist der eigenes Gag. Das heißt, der französische Staat fördert Übersetzungen relativ großzügig. Und das hat zur Folge, dass in diesem Jahr 555 Titel erschienen sind. In allen möglichen Kategorien. Vom Kinderbuch bis zum belletristischen Titel und Autoren und Titel bekommen wir hier vorgestellt. Und das ist sehr schön, um sich zu informieren. Dann gehe ich immer in der Halle 5 vorbei. Da sind nämlich die polnischen Verlage mit dem Gemeinschaftsstand und die informieren hier auch über polnische Autoren und den polnischen Buchmarkt. Da kann man auch neue Autoren entdecken und zum Beispiel schon mal neue Stimmen über den neuen Roman von Szczepan Twardoch hören, der im Januar rauskommt, auf den ich mich sehr freue. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt, irgendwie Boxer oder King. Auf jeden Fall heißt er im polnischen Krull, also König. So, Avant Verlag die zweite. Das ist ein Titel, den ich für die Arbeit als Rezensionsexemplar bekommen habe. Der Riss. Das sieht aus wie eine Graphic Novel, aber das sind Fotografien, die bearbeitet wurden, sodass sie sehr einheitlich dann von der Beleuchtung und so weiter aussehen. Und da haben, hat ein Fotografen, ein Journalist, haben Flüchtlinge bei ihrer Reise über das Mittelmeer begleitet. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass das ein ganz tolles Buch ist. Auch das werde ich berichten. Und der letzte Titel, den ich mir gekauft habe, ich habe den auch hier nochmal nicht eingeschweißt gehabt, wenn ich den verschenkt habe. Budo. Das ist von einem, eigentlich von einer Druckerei, Niko Graphic Arts. Die waren in Halle 4.1. Und die haben jetzt aber auch drei Bücher veröffentlicht. Das eine über Budo-Kampfkünste, eins über japanische Nachspeisen und eins über Tee. Das Teebuch war das erste. Ich werde den Titel mal hier aufmachen. Also das, was für Liebhaber, der war auch teuer. 40 Euro, aber der passt in meine Sammlung von Büchern zum Thema Kampfkunst sehr gut, sehr gut rein. Voila, jetzt ist er offen. Und ja, beeindruckt haben ich hier diese großen, schönen Fotografien zu verschiedenen, zu verschiedenen Themen einfach. Hier sind auch ganz tolle Papiere, Bütenpapier gestanzt. Ist hier verarbeitet. Ganz, ganz tolle Fotos. Kurze Texte. In deutscher Sprache. Gibt es auch in englischer Sprache. Also für Liebhaber, deswegen nicht so lang. So und der absolute Knaller, das Beste zum Schluss. Der Unions Verlag hat Titel in so Blindverkostung, sage ich mal, in Zeitungspapier verpackt. Und ich habe Padden gekauft. Und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Und das habe ich mir für dieses Video aufgehoben. So, aha, okay. Interessant, da sind Anthologien alles, was gut ist, weil ich mag Anthologien. Und das sind alles so Leinenbände, wie auch die Limericks, die haben alle so Leinenbände. Ich habe schon von meiner Schwäche für Leinenbände erzählt. Haben wir hier einmal Tango Fatal. Und ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber es gibt vermutlich Geschichten über den Tango und das Tanzen. Und hier hinten kann ich entnehmen, dass Literaten von Weltrang, Julio Cortázar, Henning Mankell und viele andere hier Beiträge geliefert haben. Dann, besonders schön, trifft genau mein Humor. Aha, hier mit einer interessanten Notiz hinten. Klogeschichten, der liebste Ort auf Erden. Deutsche Autoren. Und ist die Frage, ob die extra dafür was geschrieben haben, oder ob das aus Werken entnommen ist. Ich hoffe, dass die extra was geschrieben haben. Das würde das Buch aufwerten. Dann haben wir Schachgeschichten, passend zum Tango. Die Rolle des Schachspiels in der Literatur steht und ich stehe auf so Rundum-Schläge, weil man da manchmal Sachen entdeckt, die einem noch nicht so klar waren oder auch mal Autoren entdeckt oder Werke entdeckt. Only Sigars. Geschichten für Zigarren-Liebhaber. Ich kann auch hier nur den Klappentext mal verlesen. Ich verzichte auf den Himmel, wenn ich dort keine Zigarren rauchen darf, Mark Twain. Also, ob Sino Davidoff, Lola Montes oder Mark Twain, sie alle frönten leidenschaftlich der Zigarre. Ein Buch für alle Anhänger des guten Geschmacks, herausgegeben von Reinhard Kober. Ich bin jetzt kein Zigarrenraucher, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich werde das so nach und nach lesen. Und wenn mir etwas besonders gefällt, würde ich es auch hier vorstellen. Ich habe von den ein oder anderen Messer-Vlogs gesehen. Lasst doch mal hören, was ihr für Bücher mitgenommen habt, was ihr auf der Messe entdeckt habt. Oder verlinkt eure Videos hier drunter, damit ich das mal finden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Postet fleißige Kommentare. Ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.